Hallo, vielen, 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 es ist so dumm, vielen Dank, dass ihr alle da seid, aber ich freue mich mega, mega doll, ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal die Vision gehabt, meinen Geburtstag zu feiern, mit allen Menschen, die ich lieb habe, und ich bin ganz, 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 ganz doll glücklich, dass ihr alle hier seid und ihr hier feiert. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir alle richtig, richtig viel Spaß haben und unser Beisammensein sehr doll genießen, tausend, tausend Dank, ihr Süßen. Und nun viel Spaß mit dem Partyheizer und Co. Tu das noch einmal, Ramona und ich geh. Du hast die Farben vergessen, weil jeder hilft, nun darf uns kein Mensch, die schönste war. Du hast die Straßen erklärt, für diesen Aufregel, die schönste war, zur Kriegung, aus der Kriegung, aus der Kriegung, aus der Kriegung. Aus der Kriegung, aus der Kriegung, aus der Kriegung, aus dem Jetzt geht's. Es sind ja inzwischen noch einige hinzugekommen und ich möchte mich erneut bei allen bedanken. Ich bin ganz doll glücklich und besonders dankbar bin ich natürlich allen, die das hier überhaupt möglich machen. Und ich finde es auch super geil, dass ihr alle das Motto so ernst genommen habt. Applaus für euch selbst! Und als nächstes werden euch die wunderschönen Männer von Knurrhaan geben sich die Ehre. Wunderschönen! Ich bin ganz doll. Ich bin ganz doll. Hast du alles aufgenommen? Ich habe alles aufgenommen. Hallo! Gewinnst du? Nee, wie immer nicht. Das ist nur Schreck. Ein riesen Applaus an die Barmenschen. Ich bin übrigens Sophie. Ich bin Jackie. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich finde es wundervoll, wundervoll, dass wir alle zusammenkommen um Dachy zu feiern. Ich meine, sie ist der beste Mensch der Welt und sie hat einfach eine unfassbar schöne Party verdient. Ihr seid aus allen Echten Deutschlands hergekommen, um euch das zu freuen und zu feiern. Und das finde ich unfassbar großartig. Ich freue mich ganz doll darüber. Ein 30. Geburtstag von Dary Lee, der darf eigentlich ohne Merkwürdigkeit stattfinden. Und deswegen bitte ich euch, euch alle umzudrehen. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, so lange zu reden und euch dazu zu bringen, weiter zur Tür zu gucken? Guckt zur Tür. Es ist total schön, dass sich alle an das Motto hier erhalten haben, weil, wie man weiß, Dary und Schwarz-Grün, ne? Ich meine, guckt ihr auf den Kopf, guckt ihr auf den Körper, sie ist schwarz und grün. Oh, was passiert eigentlich jetzt? Jetzt kommt hier so fancy Musik und ihr guckt weiter straight nach vorne. Ihr seid großartig, das beste Publikum der Welt! Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Die sind echt cool, man. Ich will ja wieder Licht haben. Verarschen die mich jetzt? Jo! Alexander und Julia 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 ох ja ha ja rif resposta, wie eins nochmals in der interfaces thể öffnen Ich beleuchtet dich, wenn mich dazu zu treffen. Und liebe Leute alle, ich... Oh, 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 Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Prost! Prost! Ich auch! Meine Affe und die Lieblingsband! Alexander und Julian! Meine Lieblingsband! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Oh! 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 Ich sterbe! Wir fangen an mit der Alexander und Julian Streicher. Ich sterbe! Ich sterbe! Von der neuen Special Edition Alexander und Julian Autogrammkasse! Oh! Oh! Das Prost! Alexander und Julian! Oh! Oh! Alexander und Julian Champagner! Oh! Ich sterbe! Ich sterbe! Du wusstest doch nicht! Ich sterbe in den Café! Und sie ist schlecht! Mit Kontrolle in der Wand! Ein Ticket, das ist Fech! Du hast die neuen Schuhe an! Du hast den Haufen nie übersehen! nicht später sein! Du hast die neue Schuhe an! Dankeschön w tests David! Ich sterbe! Du hast den imposed den洞 formed! Seit detingen landen, ich sterbe! Ja! Du hast den Pereira, ich sterbe! Du hast dennes Kreuz! Du hast den Haufen gemacht! Ich steige! Vielen Dank! Ich bin 30 geworden und das ist gerade meine Gewusstsein. Ich bin ganz zum ersten Mal heute Abend pinkeln und ich bin so glücklich, ich bin so verdammt glücklich. Es sind so viele Leute gekommen und alle haben sich ans Motto gehalten, das Motto trinkt schwarz. Und ich glaube ich muss mich später nochmal zu Wort melden. Ich habe auch schon mein ganzes Make-up runtergeheult, ich war vorhin so schön geschminkt und hatte meine geilsten Wimpern dran und so. Wie viele wissen, sind Alex Hanolio in meiner absoluten Lieblingswelt und ich habe die halt angefragt, ob die hier spielen. Und dann haben die geschrieben, sorry Dachi, es geht leider nicht, wir haben schon einen anderen Termin. Und es war halt einfach ein Verarsch, weil der liebe Alex hat halt schon, soweit ich weiß, vor Ewigkeiten die beiden angefragt, sodass es halt nichts mehr dazu sparen kann. Ich glaube, es ist halt jetzt überhaupt nicht fast, ich glaube hier schon fast so in die zwei Minuten. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen frisch machen und mit meinen Freunden tanzen gehen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen frisch machen und mit meinen Freunden tanzen gehen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen frisch machen und mit meinen Freunden tanzen gehen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen frisch machen und mit meinen Freunden tanzen gehen. ... ... ... ... ... ... ... Ich bin in den Lonely Word! Es gibt den Midnight Train GOiNG! Gute Tag! Heute ist Sonntag. Wir befinden uns wieder im Dostow und sind fleißig und räumen auf. Hallo fleißige Freundin. Hallo fleißige Freundin. Hallo. Da, 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 da. Das merkt man schon beim Ausatmen, dass es sich auf einmal ganz anders anzielt und man tatsächlich dann eine andere Stimme hat. Das ist so schön, ich hätte vier lieber erstern so Alexander und Julian angekündigt. Ich hab sie ja nicht angekündigt. Naja, aber jetzt nicht unbedingt meine. Voll geil. Willst du nochmal? Yes. Tschü, tü, 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 tü. Hallo? Hallo. Ich hab Angst. Oh, ich hab das schon mal gemacht und dann ist es mir ganz schwierig geworden. Ich glaube, das ist der richtige Augenblick, um Tschüss zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine, ich hoffe, die beste Geburtstagsparty der Welt hat euch gefallen. Ihr müsst alle meinen Kanal abonnieren und Kommentare schreiben. Tschüss. 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 Tschüss.